willkommen freunde wir zocken jetzt beyond the steel sky ist mal so leicht angezockt das mache ich jetzt bei jedem geben dass ich wenigstens mal so die ersten fünf minuten rein gucke mich so ein bisschen warm werde weil nicht das streame oder aufnehmen und dann merkt man irgendwie ich komme überhaupt nicht klar macht ja auch keinen sinn und ich will ja auch wissen ja das spiel überhaupt was ist für mich oder nicht da würde ich sagen let's start i'd already decided it was going to be my last night in max's village i was sorry to be leaving but i was restless again beware the day grows dark and demons stalk the gap by night arsch old woman stop your superstitious nonsense besides this is the best time of day for fishing a milo yes dad look foster i use these broken sensors to make official arm it takes the fish before it bites nice work milo milo was just like me as a boy and the tech skills i taught him would help the village after i left do you really have to go foster how can we ever pay you back for all you've done it's been my pleasure max one of anita's pies will be payment enough i owed the gap folks so much my first tribe fostered me when i was orphaned all those years ago they taught me how to recycle tech scavenged from city dumps soon i even built myself a playmate i'm your friend call me joe joey joey and i were always together as i grew i upgraded him he became the best friend i ever had but then foster foster wake up the sensors detect the fish it's a big one what the it was no fish max keep back moro dad what are they max drop him you dad foster help me help me help me help me milo had gone the machine too but its riders had left something behind max milo what's happened foster where's my son max 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 oh no i told them i told them they were demon stalk in the dark the stalker that attacked us was a machine not a demon please foster i don't understand what what happened i told anita everything i could though i knew very little max max was barely conscious i could only hope that with anita's loving care he would recover as for me i had to follow milo and his captors immediately i'll bring milo home anita i promise thank you foster i know you will dawn was breaking as i left the village the featureless wastes of the gap stretched away from me night followed day then day dawned once more time lost meaning as the tracks beckoned me ever forward determination had long replaced sadness whatever it took i would find milo the tracks were barely visible now blurred by the wind but i was sure i'd reach their destination soon then i saw the thing i feared the most approaching sandstorm i battled forward but now could only guess that my direction was correct i decided to save my energy and sank into an exhausted sleep maybe the old woman was right maybe demons did stalk the gap for as it shrieked and thundered around me the storm brought back my nightmare once more union city security was attacking as my tribe screamed in terror i salvaged joey's motherboard taken captive i couldn't save my village but i survived when the security copter crashed entering union city on the run i soon got joey working upgraded yet again he helped me overthrow the evil that ran the city as i left i told him to make the citizens happy union city was no place for me i wanted to be where i could do most good helping the scattered people of the gap i woke to find the storm had passed but not without finishing its cruel work the tracks were gone i was lost and so i feared was milo then i heard them gang gang birds scavengers and in this wasteland that meant only one thing people they were there they were there if anyone was dead it was a strange thing Mr. сидor Dann, in der Distanz, sah ich eine Mädchen über ein Körper. Wie gesagt, fünf Minuten habe ich schon angespielt und wir gucken mal, was wir in der Situation jetzt hier so machen können. Mit kleinen Kackadoos. Haut sie jetzt einfach ab, oder wie? Was auch immer das Gerät war, hat die Zähne es jetzt. So, jetzt kommt noch ein kleiner Spoiler. Wir sollen die Leiche untersuchen, aber es sind ja diese ganz Kackadoos da am Machen. Und wenn ich die angucke, dann sehe ich in meinem Inventar eine Brechstange und dann fuchtelt er da so ein bisschen mit rum und sagt, die Kackadoos sind damit nicht zu vertreiben. Also, mal ganz ehrlich, hätte den Kackadoo einen übergezogen, dann wäre der weg. Aber wir müssen da anders vorgehen. Ist ein bisschen friedlicher, das Ganze dann. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Inventar. Brechstange allein schon wieder mit der Brechstange umgeht. Also, so wäre ich als Kackadoo hätte ich denen auch ausgelacht. Ich wäre wahrscheinlich auf der Brechstange gelandet. Also, wie er so mit der... Ich hoffe, ich komme in keine Kampfsituation, so wie er hier mit der Brechstange umgeht. So, jetzt kommt sie aber. Was mögen die natürlich, was zu fressen. Und dann kriegen wir sie irgendwie weg von der Leiche, die wir untersuchen müssen. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Die kleinen, verfressenen Kakadoos. So, dann gucken wir mal, was sie an der Leiche so finden. Das ist das Logo von den Entführern, die die Jungen mitgenommen haben. Die Mädchen war mein einziges Lied. Ich musste sie folgen. Ah, endlich ein Statt. Ich war zurück. So, wieder ein bisschen Endzeitstimmung. Da steht fette Welcome. Gehen wir da nochmal hin. Oh! Äh, du ja, das sollte mal gewartet werden. Was denn das für ein Willkommensgruß hier? Also, unglaublich. Da steht da Welcome und dann fällt mir das Ohr auf den Kopf, oder wie? Naja. Okay, wir laufen mal ein bisschen. Können wir das Ganze beschleunigen? Oh, wer ist das denn? Kleiner Roboter mit einem Auge. Boah, ist das ein tickiger Roboter? Das gibt's ja nicht. Ich schaue ein Fahrzeug, das vielleicht hierher kam. Ein Fahrzeug? Na, das ist ein Fahrzeug. Also, du bist in dem richtigen Ort. Na, ganz toll. Ich suche den Jungen. Nee, äh, sie müssen erst zum Tümmel. Naja, tschüss. Gehen für heute. Pleasure. Pleasure. Du bist auch mal Pleasure. Wie kann ich helfen? Du bist auch mal Pleasure, dass du hier wegkommst. Obwohl, ich kann ja nichts machen, also... ...mit seinen Kampfkünsten würde der mir wahrscheinlich mit dem Laser irgendwie den Arsch wegbrennen. So, ja, gucken wir mal. Wahnsinn. Ah, das ist der Terminal. Guck mal. Benutzten wir mal. Was läuft der denn für eine Schleife? Das ist ein toller Terminal. Okay, jetzt sind wir hier in dem Terminal. Ach, hier. Das ist wahrscheinlich der Eingang, ne? Autorized Citizen ID required. Autorized Citizen ID required. Oh, toll. Woher soll ich die denn bekommen? Äh. The gang gangs look mean and ugly. Ich gehe mal damit auch was füttern. Geh, dann reden wir mal hier mit jemandem. Ah, ich kann das. Rückensteuerung. Ah, die benutzen wir mal. Error. Bollard malfunction. The bridge appeared to still be broken. Ach ja, er will die ja so zu reparieren. Na ja, dann... Gucken wir mal, was wir hier noch so... ...nicht verpassen. Okay, zum Wasserfall. Ich dachte erst, man könnte da durchlaufen, aber es geht wahrscheinlich nicht. Die Kackadus, die gehen mir auch auf echt umsacken. Eine Werkbank. Oh. Oh. Seine strukturelle Integrität seemed overreliant on some old deflated tires. Ich recognize the girl. She was the one who'd run away from me earlier. Ah, genau. Hey, excuse me. Hello? You. Me what? You're the guy in the desert. And you're the girl with the corpse. Okay, first of all, that guy was dead long before I got there. And second of all, it's your fault Big Steve stole my deed. Lost your what to who? Do you realize how much potential trade you cost me? Honestly, I have no idea what you're talking about. Ugh. I trade. I'm a trader. Name's Ember. We'll find out of the life. What were you doing out there in the desert with that corpse? Mister, are you looking to trade something or what? Trade? Trade, you know, tech, gadgets, knickknacks from the gap or the city. That's what I do. I collect stuff, sell stuff, trade stuff. Only, since you're interfering, let Big Steve fly off with my deed. It'll be a while before I can make proper trades again. Now excuse me. What's a deed? My deed, man. DTT. Data transfer tool. Deet. Oh, man, der geht mir ja um Pinsel. Was habt ihr denn für Probleme? Ich rede ja doch mal ganz normal mit dir. Das ist das, was ich gemacht habe mit dem totten Mann. Transferring seine Bürger-ID für die Verhandlung, ja? Du hast mich verraten, und Big Steve nabbt es und flieh. Wie gesagt, danke. Okay, wo ist das Kind? Ich schaue einen Mann namens Milo, der hier vorhin gekommen ist. Ich bin absolut sicher, dass ich deinen Kind nicht gesehen habe. Jetzt, stopp' zu fragen. Nein. Warte mal, tauschen. Ich könnte von ihr eine ID bekommen. Was do you trade? Wie gesagt, manchmal Leute von außen wollen, wollen Sachen von außen. Manchmal Leute von außen wollen, wollen Sachen von außen. Ich brauche jetzt noch eine Inside. Ah, alles klar, also müssen wir uns um einen kümmern, der lila ist und den können wir dann sozusagen die Sachen aus dem Klauen... Okay, so wird das schon funktionieren. Dann geben wir ihr die ID, also den Dude und dann kriegen wir die ID und mit der ID kommen wir in die Stadt. Okay, pass auf. Es reicht aber erstmal. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir den überhaupt finden, den Vogel. Oh, Mensch, gehen wir nicht auf den Pinsel, ich konnte eben nicht an der vorbeilaufen, sowas hast ich ja im Game. So, Kaka, du, der hat einen roten Kopf. Einen roten Kopf. Das ist quasi ein Kaka-Suchchen, der anders aussieht. Kann er die nicht wieder füttern, irgendwie? Wir haben da auch keine Angst vor, weil er damit so komisch umgeht. Mmh, lecker. Na, reden wir mal ein bisschen. Sir, excuse mich, Sir. Sorry to hear that. You're not the first I've heard talking about kids going missing in the gap. I've never seen any come through here. Have you asked those kids over by the playground? They've been here a lot longer than me. Okay, der hilft uns da nicht weiter. I don't want to alarm you, but there's a strange odor wafting from the back of your truck. I don't smell out. Really? Because it's like... Except the splendid scent of tasty Mini-Kays, the finest organic Knackwurst, the gap has to offer. Don't believe me. Wenn die so stinkt, will die doch gar nicht essen. They love my Knackwurst. Haha, can't chase them away. So, your truck is full of Mini-Knackwurst? You betcha. Ah, die könnte ich vielleicht bekommen, für die, um die Vögel anzulocken oder wegzulocken. Back of the truck's open, although the doors like to play silly beggars. Oh? Requires a special technique. Ritual, you could call it. Ritual? Aye. Now listen carefully. Step one, give the bumper a wallop. Step two, do a little jig. Step three, pull the door and jerk it hard. Wallop, jig, pull. Is that it? That's it, lad. And remember the order. Ich komme mir gerade so ein bisschen verarscht vor. Also, ich soll auf die Stoßstange hauen. Dann soll ich tanzen und dann soll ich die Tür... Naja, okay, vielleicht... ...ist das das Ritual, dass die dann, äh, die Kakadus da hinten abgehen. Äh, abbauen. The doors, they're locked shut. Not locked, jammed. And I'm all out of lubricant. So how can I get in? Didn't you listen? It's a ritual. First off, give the bumper a good wallop. Then, do a little jig. A jig? Aye, a jig. Then pull the door hard. Pretty technical, huh? After move with the times, pal. Okay, das reicht erstmal. I'm fine with that. Dann versuchen wir das mal. Wir müssen hier einmal rumlaufen. Truck-Haube. There was an empty space where the power cell should have been. Ne. Da können wir erstmal nix machen. My crowbar could do plenty of things, but powering a truck was not one of them. Da hat er recht. So, aber ich will doch hier irgendwie auf die Stoßstange hauen. Und dann rumtanzen und, naja. Mir wird aber auch nicht angezeigt, wenn wir das gegen die... Ja, was machen kann an der Tür. Ich habe keine Chance gegen all diese rasorshärten Becken. Ich könnte aber auch mal versuchen, eine Batterie zu kaufen bei dem Mädel da hinten. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, hier ist ein kleiner Junge. Obwohl wir mal mit dem reden können. Hey, weird guy. Mein Name ist nicht weird guy. Ich bin Pixel. Es ist leicht zu erinnern, weil es mit Pickle reinkommt. So ist es. Ich bin Foster. Ich erinnern das einfach, weil dein Name mit Fossil reinkommt und du bist alt. Danke, kid. Was ist falsch mit der Rundfrau? Bisschen albern der Kleine. Was ist falsch mit der Rundfrau? Ich bin für ein Junge von deinem Alter. Named Milo. Wer hat mich hierher gehört. Du hast mich richtig gefragt. Ich erinnern das ganze Gesicht, die hierher gehört, seit ich ein kleiner Junge. Ja? Wie viele ist das? Wie, zumindest 12? Wie lange haben wir gesprochen? Einmal über die letzten paar Nachts. Oh, ich weiß nicht. Ich habe keine Kinder gesehen. Hat ein Fahrzeug hier vorgebracht? Vielleicht. Wie ist es jetzt? Oh, zwei Nachts ago? Oh, dann definitiv nicht. Aber warte, zwei Nachts ago? Mein Bruder, Vauxhall, sah dieses gigant Monster. Was kind of Monster? A total huge, aber nicht real. Huge, aber nicht real? Ich meine, Vauxhall sagt, es ist total huge. In Embassaden sagt, es ist nicht real. Welch ist es? Ich weiß nicht, was zu glauben. Ich muss aber sagen, dass die Gespräche irgendwie mit den Leuten bringen mich irgendwie nicht groß weiter. Jetzt können wir mal nach dem Monster fragen. Genau. Mein Bruder, Vauxhall, zwei Nachts ago, war es Nachtszeit, oder? Und wir haben dieses massives Game von Buzzsaws und Dynamos und ich dachte, Waaaaaah! Aber, ah, wo war ich? Ein gigant Monster. Oh, ja! So, später der Nacht wacht, er wacht, wie wir einen gigant Monster sahen. Waaah! Der hat keinen Aluhut, der hat einen Topf mit einen Recherlaumtop, ne, das ist ja auch schön. Bye! Reden. Okay, das ist wieder dasselbe. Ich dachte, ich hätte bei ihr die Batterie kaufen können oder so für den Truck, aber ne. Altes Terminal. Da ist das Karussell, dann guck mal das Karussell mal an. Handschubsen. Er hat das mit einer Kette gesichert, aber ich sehe ja gar keine Kette. Doch, da. Da gezeigt. Können wir vielleicht mit dem Brecheisen was machen. Vielleicht kriegen wir mehr Infos von dem Kleinen. Aber dass die Figuren so sperrig umeinander laufen, das finde ich nicht so toll. Sonst wäre die Geschichte ganz interessant hier. Das war wirklich, wenn du da raushältst. Ja, da wäre mir ja schwindelig. Schwindelwupsig wird mir da. Ja, komm einmal noch. Ja, manche Menschen können das ab, irgendwie. Ja, aber das auch. Ich habe ihm geholfen. Ich habe die Kette aufgemacht. Das einzige ist wieder Monster, Stalker, Voxel. Wer ist Voxel? Mein Bruder, remember? Kann ich mit ihm sprechen? Ich glaube, aber er ist nicht so Freundlich oder hilfreich als ich. Die reale Frage ist, wird er mit dir sprechen? Er hat sich über zwei Tage geholfen, jetzt. Ich spreche niemanden, aber ich. Kannst du mir sagen, wo er zu finden? Vielleicht er wird mit mir sprechen. Vielleicht. Ja, okay. Du hast mir ein favorit. Er ist in der Bühne in der Garten. Ich habe ihm gesagt, ich würde niemanden sagen, aber du seht mir okay. Okay. Ich sehe dich um. Okay, ich gehe. Schauen wir mal, was finden wir denn noch alles hier? Sind irgendwelche Materialien oder so, die ich hier einsammeln kann? Hier sind ein paar Tische. Die kann ich wieder nur zurücklaufen. Wie kann ich dir helfen? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, Registered Gaplander. Sag das wieder, würde ich sagen? Registered Gaplander. Entschuldigung. Das Alter, ein Auge. Entschuldigung. Entschuldigung. Vielen Dank. Ich bin die neueste Modell, du kennst. Ich muss ein Fahrzeug finden. Es gibt keine Fahrzeugen in Union City. Nein, es ist ein, den ich hier folgt aus dem Meer. Es hat vier große, kleine, kleine Legen. Es gibt keine Fahrzeugen in Union City. Oh, ja? Es ist definitiv so gekommen. Es wurde ein Kind aus meiner Stadt. Es bringt mich auch nicht weiter. Es war großartig, dich zu treffen. So, also wir haben einen Truck, wo hinten was zu futtern ist. Das Rätsel haben wir gelöst mit dem Karussell. Das hat funktioniert. Das hier jetzt hier nochmal. Wo? Es ist eine große Freude. Ja, genau, das ist ein Freude. Ich habe nur einige Fragen. Naja, er war nicht so ganz reisefertig, da hat er recht. Hi. Und meine age. No, ich habe nichts gesehen. Ich bin in diese Fortress, wo es safe ist. Safe von was? Der Monster. Ich bin ein Monster Hunter. Ich habe ein Monster im Untertitel. Ich habe eine Monster nach der Desen für lange Zeit. Ich glaube, er hat sich hier來了. Und ich arbeite für jemanden der Braufe genug, zu sehen es und zu leben, um die Geschichte zu erzählen. Um, ich habe es gesehen. Kannst du beschreiben es? Es war groß und beastig und es hat die Kinder. Und ich konnte die Screams hören. Und es war fast und dark und silent. Slow down. One thing at a time. It was big. Like a giant dog. A giant dog? That sounds like what I'm after. Did you see any children? No, but I heard them. I heard kids crying inside its tummy. And where did it go? It sneaked off into the city. After that I got in here. No way am I gonna let it get me. You've been in here for two days? Still alive, aren't I? Any ideas on getting into the city? People go in and out of the main gate. Are you gonna go in there and kill it? Sure am. That's what monster hunters do best. Then I'm gonna bring Milo and the other children back out. You will? Oh, you better take this. Thanks. Ah, we have Bella bekommen. What is it? A firecracker. I was gonna use it to kill the monster. But you can have it. See you around. Hey, you got anything to eat? Maybe it helps me to keep the Kakadus there. Uh, I could keep an eye out. Mr. Hobbsworth sometimes lets me have some of his lunch. He doesn't usually know that though. Ah, understood. Voxel's giant dog sounded a lot like the stalker that had taken Milo. Now I was sure that the stalker had entered the city. There had to be a way in through the main gates. I'm just curious if I have the opportunity to come here. Authorized citizen ID required. And I got it. And I got it. I can see if I can do something here. I can see if I can do something here. Sorry to keep you waiting sir. Hello, sir. Welcome to Union City. My name is Greta. It is my duty and pleasure to answer any questions you may have about Union City and the local area. How may I help you today? I need to get into the city. Easily done, sir. Just drive your vehicle across the bridge and the gates will open up for you. My vehicle? Yes, your vehicle. You do have a vehicle, don't you? What if I don't? Well, you're about five years too late. This is a vehicle entrance now. Freight only, I'm afraid. Anything else I can help with today? A child has been kidnapped from my village. From your village? Was the child a registered citizen of Union City? No, his name is Milo and... Polite apology. Minos could only concern itself with registered citizens. Ah, I was hoping you'd be able to help. And isn't hope a wonderful thing? In the meantime, do you have any other queries? Have a nice day. Okay. In Union City, sir, there is no other kind of day. Okay. Okay, also muss ich irgendwie schaffen, mit dem LKW da rein zu fahren. Andere Chance habe ich ja gar nicht. So, gucken wir mal, ob wir hier noch was machen können. Wir haben jetzt ja im Inventar die Böller. Jo! Genau das, was ich wollte. Sehr geil. So, Türritual ausführen. Tür ziehen, Tür schlagen, Tanz auf... Stoßstange schlagen war es erst. Get the bumper. Tanz aufführen. These were not my best moves. Tür drücken. I gave the door a firm push. Tür ziehen. Tür schlagen. Ah, here we go. I gave the door a good tug. So, okay. Also Stoßstange schlagen ist immer richtig. Hit the bumper. Tanz aufführen ist richtig. These were not my best moves. Tür ziehen hat nicht geklappt. Tür schlagen. Ah, here we go. Tür ziehen. I gave the door a good tug. Tür drücken. I gave the door a firm push. Jetzt Tür ziehen. I gave the door a good tug. Tür schlagen. Ah, here we go. Das ist ganz normal. Also Stoßstange schlagen. Hit the bumper. These were not my best moves. Tür schlagen. Ah, here we go. Tür ziehen. I gave the door a good tug. I gave the door a firm push. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das. Hit the bumper. Stoßstange ist richtig. These are not my best moves. So. Dann machen wir erst Tür ziehen. Ah, alles klar. So. Jetzt ist die Frage, äh... Vielleicht können wir dem Jungen jetzt was zu essen geben. Der hat ja gesagt, dass er hier zwei Tage drin hockt. Gibt's ja die Möglichkeit. Jetzt müssen wir mal gucken. Sandwich. Shhh. Was ist das mit einem Sandwich? Mr. Hobsworth bringt immer Sandwiches aus der Stadt. Die sind so gut. Er hat meistens eine oder zwei in seinem Hut. Was? Soll ich mich fragen, Mr. Hobsworth, ob er es zu spüren will? Nein, nicht so. Er mag es zu spüren, wenn er es nicht weiß. See you around. Okay, warte mal. Dann können wir ja... Inventar... Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob wir ihm was geben können. Irgendwie reagiert er da nicht drauf. Wurstchen. Oh. Können wir ihr ein paar Wurstchen geben? Oi. Wie ist das? Wurde. 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 Äng分 consort. Wes Car, Scheibius. Wurde. dann suchen wir mal den vogel der wahrscheinlich ihren id-chip braucht er hat und den gehen wir mal diese komischen würstchen in der hoffnung dass das klappt aber die muss ich erstmal finden ich weiß gar nicht wo der ist aber kann ja auch nicht so schwer sein das ganze ist ja nicht so groß hier das sind alles rot köpfe den kakadu den sie beschrieben hat der ist irgendwie lila was wenn man mit ihm noch reden hey wendel manage to get those doors open all right just about did you would do the jig sure did you said it was essential that's right although is a funny thing my wife never does the jig back at the farm but it always seems to open for her anyway what can I do for you any ideas on how I can get into the city hi that's easy you just need one small thing great what a truck what like yours no not like mine you want one that actually moves under its own power that being said you won't even get across the bridge without an authorized ID citizens ID get you all the way to the city privileges and all I've got ID all right but my power cells empty long story short I could drive in if I could drive in do you need a vehicle to get into the city you do but I don't I've got Brucey here what I do need is a new power cell and you can't just walk in a you mad walk into the city okay then brauchen wir eine batterie was vorher schon das was wir vorhin auch rausgefunden haben er ist sie selber nicht aber er transportiert die und hat gesagt so köstlich naja Was? Geh nicht hoch auf deiner eigenen Suppe. Entschuldigung? Kein Schock auf deiner eigenen Sausage. Oh, ich verstehe. Seid dich selbst. Ich lasse dich zu sein. Ich bin gut damit. Und zwar eine Batterie oder so. Dann fahre ich in die Stadt. Ist das nicht hier schon? Big Steve. Ja, da ist er doch. Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Scheiße, weil... Ich wollte ihm nämlich die Würstchen geben. Okay. Das haben sie ja toll gelöst, ey. Wer weiß, wo Big Steve hier irgendwie rum läuft. So, da sind drei. Die haben aber einen roten Kopf. Und ich brauche wieder den lilanen. Ich muss aber sagen, den konnte man gut sehen. Auch vom Weiten. Sehr auffällig. Von hier habe ich eine sehr gute Übersicht. Das ist rot. 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 Auch rot. Oder rot. Ich habe mich auch gewundert, dass Steve so schnell abgehauen ist. Ah, da ist er ja. Ich darf mich vielleicht nicht zu nah ran. Bis zum Beispiel. Los geht's nicht. Gut. Los geht's nicht. Der bliebte ist besonders wichtig. Ja, der sticht wirklich aus. Der Börsbeak sah besonders vischisch. Wenn die nur untersuchen, das Tool nehmen, aber das Tool nehmen kann er nicht. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, ob er mir folgt. Versuchen wir ihn mal zu dem Mädel zu locken. Ah, Boden. Mini werfen. Der Börsbeak sah besonders vischisch. Komm schon, großer Junge. Okay, wir müssen noch mal gucken. Da ist er. Der Börsbeak sah besonders vischisch. Aber wenn er frisst, muss das doch gehen. Wie frisst der denn? Hey, dann können wir nur... Den hier anlocken und dann gucken, dass wir dann das Ding nehmen. Ah, Inventar haben wir noch. Los komm, schnell Inventar. Dann Brechstange. Ah, scheiße. Anlocken. Komm schon, großer Junge. Vielleicht geht's ja so. Boden. Neues Bief. Inventar. Hat sie da nicht geklappt, komischer. Doch. Nee. Anlocken. Steuerung ist mir das gewöhnungsbedürftig, aber... Ist das gar nicht. wird es schwer, nischend. Oh, es geht's. Ich bin ein cực kohlascht. nicht zu fragen. Der Börsen war es schwer. The bird's beak looked especially vicious. Come on, big fella. The bird's beak looked especially vicious. ... ... ... ... ... ... ... das verstehe ich also ich werfe es am boden der vogel frisst es ich kann aber auch obwohl er dann beim fressen das daneben liegt nichts machen in dem sinne ein bisschen nervig muss ich sagen ach da ist er wieder come on big fella wir mal hierher sie läuft jetzt weg na hurra Warum läuft sie denn jetzt weg? Warte mal, vielleicht kann ich die noch ins Karussell locken. Das wäre zwar auch eine komische Nummer, aber... ... 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 und wird Embers Deet ohne eine Kampf geben. Come on, big fella. These were tough desert birds waving a crowbar around wouldn't face them here we can with the with the mädel no more reden was guy wasiert schwingen gelaufen ist doch da er was ich locker den kakadu an die geht da vorbei anstatt mal so was zu zon ember hi again i've just seen big steve and he's still got your deed thanks a bunch i hope it rips his gizzard on the way through no i mean he's still got it in his beak well that's something not sure what but it's something i got a you chip with a temporary ID from over there good for you they're free can i get into the city with it no and yes and no break that down for me no attempt ideas so they can keep track of you around here won't get you inside yes i could deat that corpses idea onto a u-chip and no because as you well know my deat's been eaten i spoke to voxel about his monster problem you what i think his monster is the vehicle i've been tracking good for you so you told him the monster was real won't be seeing him anytime soon nice one super dead so big steve is the bird with your deat that's right the big fat purple one did you see a strange vehicle come through this way strange you mean like that stinky one there no this one had legs not seen anything like that maybe you didn't need that crazy guy i'm not crazy sure you're not but i don't know you you don't know me you don't know them let's keep it that way stop asking questions finish your business and move along meanwhile where's pixel me and him need to have some words about stranger danger catch you later bye now a makeshift workbench had been set up its structural integrity seemed overreliant on some old deflated tires dass ich mir so überlegt habe ist es denn nicht möglich mal können wir kommen wir so ins inventar nee ich habe überlegt ob es nicht möglich ist in dieses würstchen der elektro schocker einzubauen dass wenn der vogel ins würstchen beißt dann irgendwie zerlegt wird aber wenn ja mit dem techniker nochmal reden excuse me oh hello visitor kann i ask you a few questions love to help you but me and my bollard here have a bit of disagreement shouldn't be too long i called upon my extensive background in engineering we we fix it yeah piece of cake dude council sure is shining in my direction today do you know how many times i've scanned this thing the last scan must have done the trick you see i'm the diagnostician a tech expert around here name's obsworth what can i do for ya how are things going with wendell's power cell it's in my office but how long until it's charged uh it's hard to say but it's on my list any updates on wendell's power cell not yet but i'll get onto it soon hey have you by any chance seen a kid come through here where's the little dude headed on an adventure is he oh no he was kidnapped snatched from his village and brought this way oh right uh nope i haven't seen anything like that sorry now if you don't mind i've got to get back to work what can i give you something for you hobsworth got something for you hobsworth is that one of those meaty whatsapps from the nice old gen over there you bet it is want one oh i'm not a sausage kind of guy you know okay have to talk about how everyone is out we will talk about him okay we will talk about him excuse me well hi there stranger how's your day going so far well i great i'll bet anything old hobsworth can do for you by the way just so you know Ich bin auf der Klocke. Ja, natürlich. Kein Problem. So, was ist dein Problem, Hobsworth? Ich bin ein Diagnostizist für die Ministry of Comfort. Und was genau ein Diagnostizistist macht? Ich finde Probleme. Und sie schütze sie? Nein, ich schütze sie. Minus schütze sie. Sag mir über Joey. Praise Joey. Nicht ein Tag dauert, wo ich ihn nicht bedankt für die Glück, und die Freiheit, die er in Union gebracht hat. Joey und ich gehen viel zurück. Wir müssen uns über das gleiche Thema sprechen. Es handelt. Our Joey war kind, benevolent, generous, firm, resolute, moral, magnanimous, und eine Freundin für alle Bürgerinnen. Das ist so, wie dein Joey? Hm. Mein Joey war eher ein Sarcastic, pain in the... Aber er war mein bester Freund. Ich suche ein Fahrzeug. Ich suche ein Fahrzeug. Ich suche ein Fahrzeug. Das wäre ein Fahrzeug. Was für ein Fahrzeug? Vielleicht kann ich helfen. Ich habe nicht gut gesehen, aber ich weiß, es hat vier große Legen. Legen? Worte zu der Wiese, Mann. Fahrzeug haben wheels. Wow. Das klingt wie kein Fahrzeug ich gehört habe. Und ich habe mehr Magazinen unter meinem Bett, als du es sogar erinnern kannst. Das klingt wie eine dumme Frage, aber wie kann ich eigentlich in die Stadt kommen? Die erste Sache wäre, um zu den Stadtgarten zu gehen. Ähm, ja. Wenn du eine gute Idee hast, dann schau dir die U-chip. Und die Brüge will open. Valid für was? Das ist eine dumme Frage. Du brauchst ein Fahrzeug zu gehen. Wenn du ein Fahrzeug hast, wie das alte Felle mit dem Schraubbruch, dann schau dir auf, dann schau dir die Idee, und dann nach dem Fahrzeug, nach dem Fahrzeug. Das ist das missingste Kind. Okay. Okay. Es ist wirklich wichtig, dass ich dieses Fahrzeug finde. Warum? Weil es ein Kind aus meiner Stadt schnappt. Well, das ist die Gap für dich. Es ist wie das Wild West, aber, du weißt... Manchmal wieder holen sie die Sätze irgendwie, ähm, zu einem anderen Zusammenhang. Oh, okay. Nein. Wenn es die Kinder verliebt, dann schau dir das Gap, dann versuchen wir die Gap. Nicht hier. Wir haben jetzt eine gute Nacht. Hobsworth, war es? Oh, hallo wieder, stranger. Ja, See you around, Hobsworth. Nichts Neues. Oh, bevor ich mich vergessen, ich wirklich empfiehlt dich da hinten, als ich die Brüge verabschiede habe. Let me thank you properly. Give me your hand. Ah, okay. There you go. Your kudos just got a boost. Thanks. I think. Keep a smile on your face. Okay, aber was bringt mir das? Hm. Mal gucken, ob wir jetzt, äh, dieses Terminal hier bedienen können. Was ist das hier in der Mitte eigentlich? Siehst du das? Haben wir uns doch gar nicht angeguckt. Automat. Enjoy this little piece of happiness, courtesy of Minos. The machine ejected a garish, beclowned can of soda, labeled Spankles. You are currently at your maximum allotted Spankles allowance. Have a nice day. Gut, grease der Gewicht. ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, aber... Very well, do not panic. Minos will soon relay to me the identity of the culprit. Information on this incident is still pending. You may go about your business. Willkommen bei Minos. Kuros Verlauf ansehen. Bürgerratgeber. Hilft ihm bei Ambitionen jeden Tag auf jede Art. Okay, da oben steht Start. Oh, da komme ich irgendwie gar nicht hin. Ich kann nur zwischen den Beinen wählen, aber das bringt mir auch nichts. Ich kann nur zwischen den Beinen wählen, aber das bringt mir auch nichts. Hier ist ein Mülleimer. Jetzt haben wir hier. Joey untersuchen. Es war eine Statue von meinem Freund Joey. Ich konnte es nicht vorstellen, warum sie es errichtet haben. Ich war sicher, Joey würde mir helfen, Milo zu finden. Wenn ich nur zurück in die Stadt komme. Hier haben wir noch was. Jetzt müssen wir noch eine Information bekommen. Das ist ein Audiovisual Union City Fact File. Die Union City Walls waren in 1994 von einem kleinen Team von Resilient workers. Ein gewissermaßen ist, dass die Team aus Australien sind. Das könnte nicht mehr aus der Wahrheit sein. Die City Wall war gebaut Die haben wir jetzt was zu trinken. Vielleicht können wir ihm da mal was anbieten. Ein Lkw-Fahrer jetzt. Was zum Wollte eigentlich? Schäme, es ist etwas stärker. Wollte er gar nicht haben? Okay. Vielleicht dem Jungen mal was geben. Probieren wir das mal. Nö, das geht auch nicht. Vielleicht können wir ja dem Vogel, den wir da anlocken müssen irgendwie eine Dose um den Kopf werfen. Oder so. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und das ja auch wieder. Kommt, der hier in der Gekind Elise. S Scientific eine Sekunde. Kommt, der hier in der Gekindel. Kommt, der hier in der Gekindel. Kommt, der hier in der Gekindel. und vielleicht können wir ja anlocken den müssen wir den so lange füttern bis er das ding dann auch fallen das probieren wir mal wir haben gelandet der jemann und hier anlocken kann man wegfälle The gang gang was too distracted. The bird's beak looked especially vicious. Come on, big fella. Come on, big fella. Yes. Is there a possibility to... The bird's beak looked especially vicious. It was Big Steve, and it still had embers deep in its beak. The bird's beak looked especially vicious. Come on, big fella. The bird wasn't going to give up embers deep without a fight. The bird wasn't going to give up embers deep without a fight. Okay. Okay. Möchte er eine haben? You ever had one of these? Spankles? Gimme! Are you allowed? Yeah, yeah. Just don't tell Ember. Hey, me again. How can I help? What do you do here? Well, me and my brother and my sister usually live in a tribe way over that way by the old burnt down radio tower. But it's like so boring there. But it's like so boring there. We come here for the action. I can see why. Do you know how to get into the city? Oh, if I knew that, would I be living in this car park? You sure you haven't seen any children come through here? Nope. Definitely would have remembered. What about anything suspicious? Suspicious? Yeah, there was this one guy. Tall, wearing a big coat and carrying a purse. Nice. I see. Nice one. And his name was Fossil. I got the joke, kid. See you around. Okay. I'll go. I hadn't seen one of these terminals in ten years. Link. The evil behind everything that happened all those years ago. The attack on my village. The death of my mother. Nothing happened. Probably because the machine had had its inner to death. Now we have to look a little further, if we have seen anything. We can't do anything in a mountain, for example. We can't do anything in a mountain. We can't do anything in a mountain. We can't do anything in a bank. A sand pit. In the desert. The irony was not lost on the hill. Ja, Ironie geht nicht, da hat er echt so, Pixel. Danke, Amber. 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 Ob ich jetzt mit ihm reden kann, weil jetzt müsste ja theoretisch die Batterie aufgeladen sein. Hier ist er unser Steve. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas ist noch nicht in Ordnung. Okay. Gucken wir mal kurz. Ob wir da im Internet eine Lösung finden, weil das bringt sonst nichts. Bis sie noch vorankommen. Wie erledige ich Steve? Genau. Von Voxel bekommt ihr einen Böller, der später interagiert. Anschließend mit dem Truckfahrer, der sich auf dem Campingstuh vor seinem LKW befindet. Aber irgendwo herumschlendert. Von ihm bekommt ihr Anweisung, wie ihr die Lahntür öffnet. Verscheucht die Kakadus vor der Lahntür und rittet ihr Stoßstange. Das haben wir gemacht. So. Spreche jetzt mit Ember, die ihr bereits die Wüsteleiche kennengelernt habt. Sie erklärt, dass sie das brauchen. Genau. Suche nach Steve, der sich meist in Nähe des Wasserfalls auffällt. Lockt ihn mit dem Würstchen zurück und schlendert langsam zum Wasserfall hin. Dem sich ein elektrischer Zaun befindet. Werft die Würstchen in den Wasserfall. Ah, alles klar. Das war sozusagen unsere Lösung, die wir brauchten. Kannst weitergehen. So. Dann locken wir den mal. Komm her, Steve. Anlocken. Komm her, big fella. Ich bin schon mal wundert, warum da so ein Kabel hinführt oder was das ist. Darauf muss er erstmal kommen. Ah. Sehr gut. Ja, haben wir es. Dann bringen wir hier das doch mal. Mal sehen, was ich gefunden habe. Was habe ich gefunden? Ein vieler Nerv, die hier zurückgekommen. Nein. Das. Was? Meine Dichte. Ich habe das. Natürlich, aber... Wie kann ich dir die Dichte, in der Handlung für die ID. Die Dichte für die ID. Aber... Du wäre es nicht zurückgekommen, wenn das nicht für mich wäre. Okay. So, jetzt kriegen wir unsere Identity. Das wird wahrscheinlich genauso ziehen wie das andere, was wir angezogen haben. Ja, gut genug. Lass mich einfach auf die Laser. Oi! Keep your hand still or you'll lose it. Uh, is this gonna hurt? No more than getting the chip installed in the first place. Right, just transferring the ID now. You may feel a slight pinch. What was that? That wasn't supposed to happen? There it is again. Must be... Nothing. Must be nothing. Looks like his name was Graham. A fun, upstanding citizen. Graham. Got it. Good luck, citizen Graham. At last I had a citizen ID. I hoped that this was going to be my key to getting into the city. Error. U-chip firmware outdated. Authority for vehicular access denied. The firmware on my U-chip was out of date. I realized that I've been sold a dud by Ember. Übel, übel, ja. So, wo ist denn der Techniker jetzt hin? Ob ich da nix reinkomme, hier? He was finally starting to get me places. The power cell was completely wrecked. The power cell was completely wrecked. The power cell was completely wrecked. Aber warum muss ich den Lüfter ausmachen? Ich hab noch nicht so ganz verstanden. Gnostiker-Konsole. Hier kann sein, wenn ich jetzt rauslaufe, sag ich mal, dass ich dann, dass die Batterie wieder in die Luft fliegt irgendwie, weil ich die Lüfter ausgeschaltet hab. Okay, wollte er jetzt hier an die Sandwich haben? Hier ist das ein bisschen komischer mit der Anzeige. Ach, jetzt geht's. Momentan. Das passiert die nicht. Okay. Das will er auch nicht. Dann reden wir nochmal mit der guten Dame, die uns die Niete da angedreht hat. Hey, Amber. Hi again. Hier ist ein Problem mit der I.D. Hey, listen guy. The I.D. ist tip top. Das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Das ist alt. Wie du. Das ist dein Problem. Also, hast du noch neue Entwicklungen? Nuh-uh. Das U-chip ist in dir jetzt. Es bleibt dort. Du musst eine Update machen, aber meine Meinung ist, du kannst nur das in der Stadt. Und ohne die Update, ich kann nicht über die Brücke. Ich sehe, dass ich an einem Impasse bin. Yikes. Das ist nicht gut. Ich könnte vielleicht hacken die Brücke, aber... Na. Nevermind. Forget I said anything. Did you say... Hack? Okay. So you know how everything here runs on Minos? Minos? Surely that's not based off the old Link system. That's right. When they upgraded, they dumped the old Link tech. Smart shoes. Smart toasters. Smart light bulbs. Smart fridges. Minos makes everything smart, smart, smart. Except the humans. Anyway, you know how Hobsworth is always pointing his scanner at stuff? Yeah. That's his Minos scanner. Minos scanners let guys without any smarts figure out how machines work. Old Hobsworth has all kinds of safeguards so he can't mess things up more when they break. But, with a few modifications... Can you do more than just diagnose Minos machines? Much more. See you around. Bye now. Can you share the scanner given? Guess what I've got. Go on. Surprise me. A Minos scanner. Can you hack it into a hacker for me? Maybe. Let's see what else you've got in that bag that might be worth my time, trouble and effort. I don't know if you can use this, but how about this finger? Okay, creepy. Let me take a look. Whoa. Okay, this is some serious kit. The micro actuators alone are worth a bundle. So it's a deal then. You'll hack this scanner, and the finger is yours. You betcha. Pleasure doing business with you. Meet me at my workbench when you're ready. Ember had used the workbench to transfer Graham's ID to my U-chip. Alright. One Ember grade, Minos hacker. Thanks. So how do I use this thing? You activate scan mode, obviously. Go back to the upper right shoulder to get the hacker out. Ah. Okay. Got it. Yeah, well, that's the easy part. Now follow me. This is how I find hidden systems. They're all over the place. I'm gonna try to see what I find. I'm gonna try to see what I find. There you go. One just popped into range. Okay. What do I do now? Use the big button at the top. Duh. Right. So this here is a diagnostic view of Minos. Looks like it runs the vending machine. No kidding. See those task nodes? The darker ones? Yeah. Well, unlike Hobbesy's little vanilla scanner, my hacker can swap them round. So let's see how smart you are. Wanna give me an infinite supply of spankles? Hmm. They're gonna do that too. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Oh, fuck. Oh, fuck. You did it. Ahem. You're smarter than you look. Okay. Apply the hack and you'll be good to go. Hmm. Hmm. Okay, bewegen, blättern. Okay, hat Benutzer recht aufs Benkels. Alarm abspielen. Realismus Sensor. So, was möchte sie denn von mir? Ja, automatischer Alarm beweglich, aber Aufgabenlogik Alarm abspielen. Vandalismus Sensor handscannen. Kannst du noch packen, bewegen, blättern, zoomen. Okay, die dunklen können wir bewegen. So, automatischer Aufganglogik. Eine Nachricht mit dem Grund für die Ablehnung abspielen. Gucken, wie spielen wir die denn ab? Hilfe für jedes System in drei Reichweise. 10 Minus, 10 Minus, 1 Blöcke, blablabla. Es gibt viele Arten. Alle Programme beginnen mit einem Startlogik-Block. Diese Ereignisse lösen die Ausführung eines Programms aus. Alle Programme werden mit einem Endlogik-Block abgeschlossen. Und danach können sie erneut ausgeführt. Okay. Okay, das heißt, sie möchte, dass eine Ablehnung abgespielt ist. So. Alarm abspielen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es abspiele. Das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie komisch. Okay. 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 Ich würde die Beine ja nur austauschen. sehr gut. Die Brücke funktioniert jetzt. Wenn wir ja mit unserem LKW-Fahrer mal sprechen. Hey, Wendel. Morning, son. Or afternoon. I lose track. So all you need to get into the city is a charged power cell? Lansnake's alive, yes. A power cell. Do you want me to write it down? No, no, I got it. I had this sinking feeling that the wrecked power cell in Hobsworth's hut was the one that Wendel hoped would power his truck. I'll leave you be. I'm fine with that. Hey, Hobsworth. Hey, what can I do for ya? Wendel's power cell wasn't looking too functional. Oh man, you saw, huh? I don't think it's supposed to smoke like that. Not conventionally, no. Listen, don't tell Wendel. I'll fix it. What was that tool you were pointing at the bridge? Oh, this little baby. That's my Minos scanner. It's super neat. All of us diagnosticians use them. I pointed out a device and it shows me how it works. See, everything in Union City runs on Minos. Everything's interconnected. From big safety systems and freight elevators, all the way down to toasters and hand dryers. All on Minos. Okay, so you're saying it's a citywide universal operating system? Whoa. I don't know what that is, but maybe. I'd hate to think what would happen if a scanner like this fell into the wrong hands. Any updates on Wendels power cell? Not yet, but I'll get on to it soon. See you around, Hobsworth. Keep a small on your face. By the sound of things, Hobsworth was hard at work. I decided not to interrupt him. Oh. He had a wish bekommen. Give him a moment. The power cell was completely wrecked. Oh. Warum hat der denn nicht als Techniker hier eine Batterie so rumfliegen? Was soll ich für einen Handscanner? Achso, nur um die Tür zu schließen. Das nächste Rätsel. Gucken wir mal, ob wir da was anderes finden. Hmm. Hm. So, vor dem großen Anklangsturt würde ich durch das System, da ihr auf kein Fahrzeug gehackt. Der Belüftungsventilator auf der linken Seite. Okay. Dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal rüber. Alter, die Flüsse, eh, voller Säure da unten. Wenn man da reinfällt, dann war's das. Dann gehen wir mal rein. Dann gehen wir mal rein. So, platte. Da ist nichts. Wir gucken, ob wir hier oben irgendwas machen können. Komisch, der Roboter, der hatte mal irgendwelche Punkte in seiner Sprachblase. Mal reingelassen, haben sie mich ja. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo eine Sicherheitslücke. Ah, Kühlsystem. Oh, es sind alle weiß, da kann ich nichts machen. Kühlsystem, Entlüfter drehen, Cycling-Ausgang. Kann man die eigentlich hier tauschen? Aber ich die ziehe. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Fließband starten geht auch nicht. Wenn die aber auch nicht nach oben schieben, kann ich die nach links ziehen? Ne. Kühlsystem. Lüfter drehen sanft. Fließband anhalten wäre gut. Können den hier... Ne. Funktioniert nicht. Startloh ausführen, wenn Fracht von der Druckplatte geräumt wird. Alles klar. Vielleicht können wir jetzt die Batterie nehmen. Schau mal. Oh. Oh. Oh, das war so leise. Richtig. Super. Oh, die Batterie. So einfach kann das manchmal sein. So mehr brauchen wir hier auch erst mal gar nicht. und warum haben die keine guten sicherheitssysteme nur so einen alten roboter denn zu stellen würde ich sagen können wir jetzt die batterie einsetzen es war ein 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 Wenn die Powercell replaced hat, die Fahrt war gut zu gehen. Das war mein Mann mit ihm. goodness of their art these days I just figured that oh alright, up in the back jawohl, wir sind in der Sch*** 100% lad I'll take your word for it just watch out for my neckbursts I've lost enough business already der selber hat gesagt, das hat er gestunken wie Hule ist er da hinten an der Ladefläche drinnen, wow das sieht natürlich geil aus, ne, die Augen, die Scanner Union City, wir sind drin as far as I can take you I'm afraid you can catch a monopod into the city from over there where are you going? straight to cargo, gotta get these babies quarantined? distributed thanks for the ride Wendell let me see you again so bevor es weiter geht, Freunde, würde ich sagen wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss und sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Teil das Ganze jetzt erstmal bearbeiten bei YouTube hochladen und dann spielen wir es auf jeden Fall weiter und werden es wohl auch durchzocken dann sage ich mal bis dahin und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit